Hallo meine Lieben, neuer Tag, neues Styling. Ich hatte wieder mal Lust auf glattes Haar und jetzt springe ich schnell unter die Dusche und dann zeige ich euch den Memory-Effekt im glatten Zustand. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch die Haare im komplett nassen Zustand. Da könnt ihr dann den Memory-Effekt sehen. Die Haare sind noch immer so schön glatt. Bevor wir aber mit den Fönen beginnen, gehen wir noch in den Living-Conditioner rein, bürzen sie ein bisschen durch und dann werden wir sie einfach trocken föhnen und das war's. Wir beginnen wie gesagt immer wieder unten, bürzen dann vom Ansatz bis in die Länge hinunter. So, und dann starten wir mal mit dem Föhnen. So, und jetzt sind wir mit dem Föhnen fertig. Wie ihr sehen könnt, ist der Memory-Effekt noch immer drinnen. Die Haare sind schön glatt. Es hat sich nichts verändert durch das Haare waschen. Und jetzt bürsten wir sie wieder mal ganz kurz durch. Wir fangen wieder unten an, vom Ansatz bis in die Spitzen. So, wie ihr sehen könnt, ist mein Eigenhaar leider nicht so schön glatt. Nur durch das Trocken können wir die Haarverlängerung. Deshalb werden wir das oben jetzt ganz schnell mit dem Glätteisen durchglätten. Und bevor wir das machen, ist es ganz wichtig, dass man einen Hitzeschutz verwendet. Die Haarverlängerung an sich ist ja schon von sich aus total hitzebeständig. Aber vor allem ist es wichtig, dass wir das Eigenhaar dadurch schützen. Und bevor wir das Kletteisen und glätten ein bisschen. Und du bist raus. So, liebe Leute. Das war's von meinem fertigen Look heute. Die Haare sitzen am Platz. Alles ist schön glatt. Und das Video nur in 15 Minuten. Bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich drauf. Tschüss.